Die Raumsonde Voyager 1 hat als erstes von Menschenhand geschaffenes Objekt unser Sonnensystem verlassen. Und das schon vor einem Jahr. So lassen sich nach Angaben der NASA neuste Messdaten erklären. Voyager 1 ist seit 36 Jahren unterwegs, um den Weltraum zu erforschen und inzwischen 19 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. In kosmischen Maßstäben ist das aber immer noch ziemlich nah an der Heimat.